Herausgekommen ist diese feine, vierjährige, dunkelbraune Fürstin Zonia aus hochdekoriertem Stamm. Da sind wir wieder bei echter PSI-Geschichte. Großmutter Samira, nicht nur gefeierte, Bundeschampioness ihrer Zeit, Serienlieferantin von wirklichen Weltpferden hier über diese Bühne. Harmonies Bocca di Baco aus dem Jahr 2018 hier über die PSI-Schiene. Hocherfolgreich inzwischen unter Michael Klimke. Damiro ein Jahr zuvor über die PSI-Auktion. Und natürlich allen voran auch vor Emotion. Spitzenpferd des Jahres 2016 in Dänemark zu Hause aus dieser genialen Familie. Also auch züchterisch von allergrößter Bedeutung. Richtig. Wir sind froh, dass wir diesen Stutenstamm haben erhalten können. Wir haben sehr viel Nachtzucht, die wieder in die Zucht einfließen wird. Und auch die Vollschwester von dieser Stute ist in der Zucht. Also wir werden diese Zucht weiterführen und sind froh, dass wir diese Genetik bündeln können. Was natürlich auch Herr Schockenböhle-Paul in Lewitz wunderbar zelebriert. Dieser Genpool, den er aufgebaut hat, ist schon eine Einmaligkeit auf der Welt. Und ich glaube, das wird auch nicht so schnell wieder erreichbar sein. Aber konzentrieren wir uns auf diese herrliche Stute. Wunderbarer Typ. Toll zu reiten. Einfach eine Augenweite dieser Stute zuzuschauen. Ich glaube, die wird einen großen Weg gehen. Unwahrscheinlich charmant und mit großen Möglichkeiten ausgestattet. Damit auch den Rechtskalopp zeigen. Jetzt geht es mal vielleicht auf den Mittelzirkel. Mal wieder ein bisschen zurückführen. Mal überstreichen. Auch hier schön ausbalanciert zeigt sie sich. Und nochmal überstreichen an der langen Seite. Sehr gut so. Dann Übergang zum Trab und dann auch den Schritt zeigen. Evelyn. Ein hochmodernes Pferd mit unglaublicher Ausstrahlung. Die muss man sich mal sechs, siebenjährig vorstellen. Am liebsten weiter mit Evelyn im Sattel. Das sieht nämlich fantastisch aus. Ja, dann kannst du deinen schönen Vortrag auch beenden. Einmal auf den Zirkel vielleicht gehen. Oder einmal Diagonale wechseln, was immer du möchtest. Ah, schau dich. Oh, das ist gut. Sehr gut. Viel, viel, viel auf.